Kamil Stoffger, wieder nach dem ersten Durchgang. Der liebe Hälfte von Stoffer Gatti, war auch nicht ganz schön. Wir haben hier Kamil Stoff. Das könnte reisen. 112,5 Meter, zwei Meter weniger als im ersten Durchgang. Aber er hatte eine solide Reserve nach dem ersten Durchgang. Jota Schiwa im Moment Leader, Ekeli Klimov im Moment Zweiter. Und es geht jetzt nicht darum, sind die Voren direkt beieinander, groberst auf dem Podest. Oder steht da ein großer Ritten drin, auf dem zweiten Drang. Ich gehe eher davon aus, dass es endlich hin, auf dem Dritten, mit Kamil Stoff und Klopp Schiwa zusammenkommt. Daniel Stoffer, er gewinnt auch diesen Fettkampf. Er geht mit 300 Punkten, bleibt der Entführung des Gesamtparstamentes.